Im Controlling müssen wir ja natürlich speziell auf Abweichung hinweisen bzw. wir müssen Warnungen oder auch Risiken einmal darstellen. Das können wir einmal mit Pfeilen machen oder eben auch mit einem Kreis. Und das bauen wir jetzt hier zusätzlich noch einmal mit ein. Zunächst fügen wir ein paar Zeilen ein, markieren erstmal die Zeile 1, zweimal STRG+, haben wir jetzt gedrückt. Also das, was bei den Spalten geht, geht auch bei den Zeilen. Dann machen wir hier einmal Monat, Doppelpunkt, Zelle daneben und wir gehen einmal auf Daten. Und hier wählen wir dann einmal dieses Kästchen mit dem grünen Haken und dem rot durchgestrichenen Kreis aus. Wenn wir mit Davos drüber sind, steht hier Datenüberprüfung. Da klicken wir einmal drauf, dann öffnet sich das Fenster Datenüberprüfung und Registerkarte Einstellung ist meistens voreingestellt. Wenn nicht, dann gehen Sie hier drauf. Und bei Zulassen, da wählen wir über das Dropdown-Menü einmal Liste und Quelle klicken wir jetzt hier auf den Button mit dem Pfeil, der nach oben zeigt. Und wir wählen einmal die Monate hier aus. Dann bestätigen wir mit Enter und klicken auf OK. Dann sehen wir, haben wir hier schon so ein Auswahlmenü und da stehen jetzt hier einmal die ganzen Monate. Das heißt, ich könnte jetzt hier erstmal den April auswählen, gehen auf Start, zentrieren das erstmal. Und wir ergänzen einmal unsere Tabelle. Und jetzt schreiben wir hier Kreis hinzu. Und wir wollen jetzt, dass immer wenn der Monat hier einmal ausgewählt ist, dass dann dieser Wert hier mit übernommen wird. Also den brauchen wir gleich, um den Kreis hier einmal zu setzen. Deswegen arbeiten wir wieder mit einer Wenn-Formel. Wir sagen einmal wenn, Klammer auf, und sagen, wenn dieser Wert hier identisch ist mit dem ausgewählten Wert, dann kannst du hier den Umsatz nehmen, also den Umsatzwert. Semikolon. Ist das nicht der Fall? Dann einmal RAUTE NV. Und NV steht hier für nur Value, beziehungsweise kein Wert. Das ist dann da einmal der gewisse Vorteil in meinem Diagramm. Also da werden die Werte eben nicht angezeigt, wenn hier einmal als Text RAUTE NV ausgewählt worden ist. Dann sagen wir Klammer zu und bestätigen mit Enter. So, bevor wir jetzt runterkopieren, müssen wir noch einmal das Dollarzeichen setzen, hier oben für D2. Deswegen setzen wir den Cursor hier jetzt drauf. Wir können das über die Tastatur machen, entweder mit Shift, also der Umschalttaste und 4, also damit das Dollarzeichen, oder einfach die Taste F4. Also damit holt man sich die Dollarzeichen einmal, dass er so dargestellt ist, einmal vor der Spalte und vor der Zeile. Drücke ich nochmal die Taste F4, dann sehen wir, es ist nur vor der Zeile, also nur vor der Nummer. Nochmal Taste F4, nur für den Buchstaben. Nochmal Taste F4, ist wieder alles auf Anfang. Und wir machen das jetzt aber mal trotz allem hier für beide, also sprich Spalte und Zeile. Und mittels Doppelklick erstmal runter. Da sehen wir dann, haben wir jetzt hier die 630, also den Aprilwert, der hier oben auch ausgewählt ist. So, das machen wir erstmal fett. Und immer wo es was auszuwählen gibt, da empfehle ich, wählen Sie immer folgende Hintergrundfarbe, nämlich ein helles Gelb. Gehen Sie einfach auf weitere Farben und dann können Sie hier genau in der Mitte, da ist meistens immer der Punkt gesetzt. Und wir wählen dann einen drunter aus, also es wäre so hellgelb haben. Damit weiß der Anwender dann immer, was er wo auswählen soll. Also wenn wir jetzt hier den Juni auswählen, dann hätten wir dann diesen Wert hier. So, nochmal zurück auf Anfang, April. Und wir machen dieselbe Formatierung. Also einmal hier die Pinsel und dann rüber. So, und jetzt bauen wir das Ganze für unser Diagramm hier ein. Also sagen wir erstmal rechte Maustaste. Wir sagen Daten auswählen. Hinzufügen und dann das Ganze einmal Kreis. Dann sagen wir Reihenwerte. Und wir markieren das Ganze hier einmal. So, und dann klicken wir auf OK und klicken nochmal auf OK. Da sehen wir, haben wir jetzt schon einmal hier den April mit drin. Das ist insofern schon mal ganz gut. Aber wir wollen ja einen Kreis haben. Deswegen markieren wir diese Säule einmal. Sagen rechte Maustaste. Und wir sagen Datenreihen, Diagrammtyp ändern. So, und ab Excel 2013, 2016 und auch 2019. Da wählt man dann hier einmal aus für den jeweiligen Bereich, was für ein Diagrammtyp das einmal sein soll. Also sprich für den Kreis. Da wählen wir jetzt ein Punktdiagramm aus. Also gehen hier auf das Menü, wo gruppierte Säule drin steht. Scrollen runter. Und einmal Punktdiagramm auswählen. Dann klicken wir auf OK. Dann sehen wir, haben wir hier oben den Punkt. Den Wert, den entfernen wir jetzt erstmal. Also markieren und Taste entfernen drücken. So, und dann gehen wir in eine leere Zelle. Gehen auf Einfügen. Und wir klicken auf Illustration. Wählen Form aus. Und wählen hier diesen Kreis. So, und dann können wir schon mal gucken, so dass der Kreis hier einmal genau platziert ist. Also so in dem Stil. Und wenn dieser Kreis markiert ist, drücken wir einmal rechte Maustaste. Dann gehen wir auf Form formatieren. Dann öffnet sich gleich das Fenster hier mit Form formatieren. Wir sagen jetzt erstmal keine Füllung. Dann können wir nämlich dahinter schauen, was drin ist. Als einfallige Linie wählen wir eine rote Farbe. Und die Stärke, die setzen wir auf zwei Punkte. Also PT für Points zwei Punkte. So, dann markieren wir den Kreis noch einmal. Und drücken jetzt die Tastenkombination STRG-C. Also wir kopieren das Ganze einmal. Dann markieren wir hier diesen einzelnen Punkt. Und drücken jetzt die Tastenkombination STRG-V. Da ist der Kreis jetzt einmal mit eingefügt. Den wir vorhin manuell eingefügt haben, den Kreis. Den markieren wir und drücken die Taste entfernen auf der Tastatur. Da ist der weg. So, und immer wenn wir hier von den Istwerten jetzt sagen würden, wir müssen über folgenden Monat nochmal sprechen. Also sagen wir mal, wir wollen über den August jetzt einmal sprechen. Dann wird der Kreis eben da angezeigt. Und machen wir das Ganze dann einmal im Juni. Dann wird der Kreis da angezeigt. Und so haben Sie die Möglichkeit, in einem Diagramm nochmal zusätzlich einen einzelnen Monat mit einem Kreis ein bisschen hervorzuheben, der dann eben besprochen werden soll. Das ist der Trick mit einem integrierten Kreis in einem Säulendiagramm. Ehe kommen... Das modest neils zu sein. dass die Krischner an eine spannung. Dann wird der dasàng